Musik Heyo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Lucky Rush gegen den Storm Heyo Und wir haben heute neue Lucky Blocks Denn ich habe ja gesagt, wenn Zuschauer einen Lucky Block in der Version 1.8.0 haben Und die gerne möchten, dass wir den spielen, können die den uns zuschicken Und der liebe Ahn hat es gemacht Ein Link zu seinem Video ist in der Beschreibung Er hat die Infinity Lucky Blocks gemacht Die heißen auch hier LB Infinity Ahn Ich verlinke euch mal das Video, das er mir geschickt hat Und ja, die werden wir jetzt testen Und ich habe schon ein bisschen im Singleplayer geguckt Da ist richtig cooles Zeug dabei Und jo, lasst mal dem lieben Ahn, weil er sich so viel Mühe reingesteckt hat Einen Daumen nach oben da, wir legen jetzt los So Und ihr könnt mir immer wieder Hä, was habe ich hier? Was ist das? Hä, was ist das? Die ändern die Farbe, diese Blöcke Hä? Die sind animiert Ja, das ist wohl Nein, hier Das sind Hä? Ich bekomme Hä? Das ist einfach geil Ey, keine Ahnung, was das ist Da ist ein GLP-Kopf drauf Lol Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare Dann kann der gute Ahn da vielleicht das Wetter machen Wow, okay Aber das Schwert gefällt mir schon mal, was dabei rauskommt Oh, oh Ah Ich kill dann mal ein Wetter Yo Woo Und wir haben Wir haben in der Mitte Haben wir ein Oh, oh Die Glock ist aus Aus welchem Grund auch immer Ja, da kommt Blava raus Äh Die Glock Habe ich gemeint Die Glock ist kaputt Es wird Nacht, oder? Ne, doch nicht Hä? Es sah gerade so aus, als ob es Nacht Wir werden Ah, Fisch, 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 Fisch Wie Fisch? Guardian Achso Fisch Hundis Lol Oh, das gefällt mir Was ich hier bekommen habe Also bis jetzt macht es mir wirklich einen guten Eindruck Die Lucky Blocks Wie siehst du das, Storm? Hier ist eine Szene aus Mario Oh, ich habe da tatsächlich was wie Mario ausgeregt Mario Bat Mushroom Oh, oh Aber wir haben die Blöcke hier geladen Ja, ich habe hier auch Lol Ja, ich habe hier auch What the fuck Ah Hexe Hexe Hör nicht mehr auf den Donnern Ahhhh What the fuck Hör nicht mehr auf Das ist weg Ja, bei den Donnern hast du es totes Alter Nicht schön Erstmal hier löschen Oh mein Gott Das ist echt witzig Nein, Abos Oh, oh Mir gefallen die Lucky Blocks Nein, ich habe ganz viele Kür Mit dem Fick hätt ich irgendwas machen? Nee, kann man nicht Kann man mit denen was machen? Kann man auch nicht Oh, lol Was ist das? Cool Ein Unlucky Bob Okay Das ist aber One Hit Ah, nein Mann Slash Kill Och Mann Äh, was haben wir denn Hab ich denn Ich kann Nichts Den Block abbauen Oh, was ist das? Was? Ein Magic Wand Was kann der? Kann der irgendwas? Nee, macht nur Schaden anscheinend Oh, oh Ein Super Bob Lol, nein Den hätte ich gerne gehabt Schade Oh, lol Ja, was ist das? Was sind das für Blöcke hier? Hm Weiß ich nicht Hast du auch so ganz pinke Blöcke? Oder? Nö, nö Oh, wait Ach, hier mein Inventar spackt schon wieder rum Nice Bei mir kam irgendwas mit Wade Ach, cool Okay Ich hab ne coole Spitzhacke, glaub ich So, gucken wir mal Ähm Jawohl Damit kann ich Diamantblöcke abbauen Das ist gut So Dann kann ich die nämlich aufwerten Zack Und Zack Zack So Er hat einfach mal schon was zum aufwerten Oh, was? Alter Is dangerous to go alone Alles klar Das kann anscheinend, äh, was Gutes Oh, lol Was? Phantasia Lucky Blocks? Nice Die baue ich erstmal Nein Alter Ist die dumme Kuh über die Flugplatte gelaufen Und hat Och Hattest du grad Phantasia Lucky Blocks gekriegt? Und da war ne Kiste Und wenn da guter Stuff drin gewesen wär Dann hätte ich guten Stuff gehabt Aber So nach dem ersten paar Mal auspacken Die Lucky Blocks gefallen Mir muss ich ehrlich gesagt Oh, ja Ja, ich hab wieder Oh, ne Oh, Diamonds Oh, Diamonds Aber Doch, das sind Blöcke noch So, erstmal noch wieder aufwerten gleich So Und die dann noch öffnen Wieder Phantasia Lucky Blocks Oh, oh Leg 2 Und Leg 5 Bei mir sind überall Fledermäuse Boah Alter Und liegen überall Items rum Ähm Warte mal Ein bisschen was wegwerfen Zack, 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 zack Zack So 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 Und dann packen wir das da rein Und das da rein Und dann machen wir so So Sehr schön Storm, wie läuft's bei dir? Hm Du bist ja still Wie soll das laufen? Ich bin in der Mitte Was? Lol, ich hab einen Mario Star bekommen Jetzt echt? Ja Was? Wie geil Guck mal, ich hab ihn zu Hause Da kann ich wohnen Nein Lava 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 Die Mitte ist so gut wie kaputt Lol Alter, okay Die Lucky Blocks, die gefallen mir Was? Wie viel Ziel ist das? Die Mitte kannst du jetzt in der Tonne kloppen Die hab ich grad kaputt gemacht Ja gut, das stört mich nicht sonderlich Oh lol So WTF WTF Oh mein Gott 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 Oh mein Gott Storm Du musst bald dran glauben Wie WTF Oh mein Gott Ja, weil ich jetzt was Tolles bekommen hab Hier Oh lol Was ist das denn? Alter Das wusste ich nicht Alter 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 Das war einfach aus Zufall Weil ich was abbauen wollte Entdecke ich dieses fette Easter Egg Alter Das verrate ich keinem Das verrate ich keinem Das verrate ich keinem Das war Alter Alter Storm Alter Was für ein Easter Egg Ein heftiges Easter Egg des Todes Das Todes Easter Egg Du wirst dich so abfacken Sag ich dir Hä? Warum? Weil es einfach Der Wahnsinn ist Du wirst so kotzen, Mann Du musst allerdings erstmal die Lage checken Wo bist du? Du bist noch fröhlich da drüben Alter 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 Ich feier den Typ Der die Blöcke gemacht hat Ja Ich feier ihn so krass Ähm Du bist so leise Storm Das gefällt mir nicht Storm Hast du meine Wolle? Hast du meine Wolle? Nein Ich habe auch gerade ein Easter Egg rausgekriegt Welches? Haben wir dasselbe? Weiß ich nicht Ja gib mir mal einen Tipp Was könnte deins sein? Wirst du sehen Wenn es soweit ist Sicher? Ja Peter Will ich das hier gar nicht sehen Storm Warum lachst du so dreckig? Ähm Ich seh dich da oben Hast du Flugboots? Nee Wie nee? Das sind keine Flugboots Was ist es dann? Das sind Slimeboots Slimeboots? Was machen die? Das gleiche im Prinzip Loll Kennst du die Nyan Cat Dinger mit der Wolle? Ja doch Die kann ich Das sind die Ja das wird ja nur Nicht viel bringen Storm Wow Warum hast du einen Illuminati Wow? Ich soll doch Ich habe ein Easter Egg entdeckt Das ist unfair Alter Das ist wirklich der Hammer Wie kriegt man denn Ah Es tut mir so leid Aber Ich habe das wirklich Ohne witzig Wäre da niemals drauf gekommen Ich habe da halt einen Block gesetzt Und da war ein Teppich Und als ich den Block abgebaut habe Habe ich halt Den Teppich aus Versehen mit abgebaut Also wirklich aus Versehen Achso Und dann war da drunter dann Eine Kiste Und da ist dann Illuminati Stuff Ist da drin gewesen Oder was? Ja zum Craften Also Ohne Witz Leute Lasst einen Daumen hoch da Wenn euch dieses Video gefällt Also ich feier es jetzt schon Heftig Nice Mann Nein Stop Du bringst immer im falschen Moment Die dümmsten Blöcke Ohne Witz Mann Oh mein Spawnpoint ist schon mal weg Nice Nein hier ist Lava Game Alter Storm 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 So geht es nicht weiter Das ist dir bewusst oder? Ja Slash Spawnpoint Hast du die Slime Blocks Schuhe noch? Ja natürlich hab ich die Sind die nicht kaputt gegangen? Warum sollten die kaputt gegangen sein? Durch den Illuminat gebogen Ach Quatsch Nie nicht Ach was Oh jetzt hab ich schlechte Effekte bekommen Geil Danke dafür Iblali Der arme Iblali Immer muss er dran leiden Ja ich hab Warum bekomme ich aus nem guten Block Winner Effekt Storm Das geht es doch nicht weiter Mann Boah dieser Applejack Der geht mir auf den Zwirn Auf den Zwirn? Auf den Zwirn? Ja auf den Zwirn Der brich auf die Nerven Jetzt hau doch mal ab ey Mann auf meine Fresse Ich weiß gar nicht was da so alles drin ist Ich hab gar keine Zeit das alles nach zu gucken Ich könnte mir ne komplette Illuminati Rüstung machen Aber Ach Star Oh fuck Piss dich Oh Hauptsache hättest du ne TNT Alles klar Lass das Lass das Penner Du und deine blöden Schleimblöcke ohne Witz Sind die aus den Infinity Lucky Blocks rausgekommen? Ja natürlich Mega nice Halt die Schnauze Halt die Schnauze Storm Ahhhh Was ist das was du da hast? Handheld TNT Wie? Wie lange hält das? Oder wie lange hast du da? Wie viele hast du davon noch? Meines Kleinen Boots sind ja kaputt! Jaaaa Das kommt davon Storm Das kommt davon Hab nie gute Sachen Und ich mach den Weg grad kaputt Yo Alter Du machst meinen Weg kaputt Warum? Ich hab das meiste schon kaputt davon Hab ich da nicht noch irgendjemand was anderes interessantes? Man Achso Jetzt könnten wir noch was anderes machen Boah Basti Hau ab ey Wow Help the legs Lol Das war wohl das TNT Ja natürlich Du wirfst es genau da hin Du machst mir keinen Schaden Ich hab den Stern von Mario gegessen Ja Piss dich Du machst mir keinen Schaden Storm Du brennst jetzt für ewig Echt? Ja Das stört mich leider überhaupt nicht Muss ich dir gestehen Ich frag mich noch was das hier macht Hörs auf Jawoll Jawoll ey Gib mal den auf den Keks man Tu mir mit deinem scheiß Illuminati Stuff ey Ist ja nervig Ja Ich musste halt irgendwas machen Ey wo ist deine Wolle? Weg Wie weg? Ja weg Nein ich sag dir nicht wo die ist Hä aber die ist ja nirgends Die ist da Die hab ich auch nicht weggesprengt Ohne Scheiß Die ist da nicht Muss da sein Die kann nicht einfach verschwinden Basti Hä? Die ist nicht da Ah doch jetzt seh ich sie Deine Wolle ist weg Storm Deine Wolle ist weg Storm So Ui Wow Ah fuck Scheiße Ich wär eh fast zurück gewesen Ich bin runter gefallen Ich mach jetzt auch ne Flash Kill Weil ich hoffe dass ich sterbe Aber ne ich ragge immer voll Ich mach Kill In 3 2 1 Jetzt So Also ich hab dir genug Zeit gelassen Du bist noch fröhlich am Suchen Hast du meine abgebaut? Hm Das ist die große Preisfrage Ja hab ich So hab ich gewollt So ein Cheater ey Du wolltest es auch Du wolltest mich erst angreifen Und dann sagen dass meine Wolle weg ist ne? Nö Ich hab überlegt was ich jetzt für ne Waffe nehme Weil ich hab nur Crab Tja Ok Leute dann würde ich sagen Hätte ich dieses Easter Egg hier nicht gehabt Dann wäre es für mich schwierig gewesen Aber ohne Witz Leute Ich wusste das nicht Ich hab hier komm mal rein Storm Ja warte mal Ich muss mal diesen Pilzchen mal ausprobieren Ah ne der gibt den Wizard Guck mal hier Ich hab hier Äh guck Warte ich zeig's dir Ein Block Ups Hab ich die jetzt getroppt? Ja natürlich So 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 Hier ist noch einer Lol Mit noch mehr drin Ja guck Pass auf Mach mal die Teppichdinger wieder drauf Oder warte ich mach's mal hier So weißt du Ich baue den ab Und hab halt zu schnell abgebaut Und hab den aus Versehen weggemacht Und hab dann gemerkt Oh da ist ne Kiste drunter Und dann Nice So Leute wenn euch diese Folge gefallen hat Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Schaut beim lieben Arn vorbei Und diese neuen Lucky Blocks sind Bombastisch würde ich mal sagen Und Infinity Lieber Arn wenn du Bock hast Darfst du gerne mehr davon machen Für die Version 1.8.0 Wir haben Bock drauf Und bis dann Leute Tschüss Ciao Ciao Outro